Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Leider heute nicht mit dem Erfolgsteam, dafür ist halt Marius mit dabei und natürlich so ein Stardoschkundran und Sachse wieder. Guten Tag, guten Tag. Warte, so gerne, ne? Ey, ohne Mist, ne? Ey, letzte Woche, letzte Woche lief's so gut. Ey, komm mal jetzt mal, ey, ohne Mist. Wie durch die Gegner geflogen sind. Ja, stimmt. Problem ist halt, ihr habt dadurch, dass ich nicht dabei war, die Lobops des Jahrhunderts gekriegt. Ist ja klar. Ja, wir hatten halt echt einfach Glück. Wir setzen ja immer so circa zwei Stunden an und wir waren um 20.50 Uhr fertig. Wir haben nicht mal ne Stunde gespielt. Ja, ganz toll. Ich lad heute länger, ich hab die andere Leitung benutzt. Naja, ich merk schon. Meine Zeit im Rampokit zu Ende. Hat er nicht mal angefangen. Ich hab gehofft 200 Folgen, aber. Nächste Woche kommen die Japanesen, ey. Nächste Woche schon oben. Also am Sonntag, glaub ich, sind sie vorgestellt. Und dann kann's eigentlich gar nicht so lange dauern. Ne. Eigentlich nicht. Wär schön, wenn sie auf jeden Fall im November noch kommen. Ich freu mich auf die neue Map mehr als auf die neuen Operators. Aber im Endeffekt, was ist das Feature der Japanesen? Äh, bis jetzt ist nur bekannt ein Verteidiger. Kreisbüllchen, ja. Also vielleicht ist jetzt heute Morgen noch irgendwas anderes geleakt worden. Aber du kannst mit dem Verteidiger anscheinend Löcher in den Boden schießen und da ein Seil runterlassen, um von Etagen halt hoch und runter gehen zu können. Der eine ist im Nebenraum neben der Treppe. Eigentlich ziemlich interessant. Und Barton ist aufgesprengt, ja. Und hier das Fenster ist auf. Ja, das Fenster ist auf. Gib mir eine Granate. Ich hätte eine. Schmeiß rein an den Shit. Das war zu hoch, ja? Der hat mich auch rein. Warte. Ich bin in dem Raum jetzt drinnen. Im Raum selbst sitzt einer direkt an der Tür. Am Fenster rechts. Ah, der war nix. Also hier, direkt hinter dieser Wand. Kann man da was machen? War schon ein Teamgerät. Ne, Mist. Ja, genau. Das war meine Drohne, die ihn hätte gesehen. Ah, ah. Ist er dann noch dadurch? Da ist verstärkt. Es sind alle möglichen Fenster und Wände auf, ne? Also das ganze Ding ist ein Käse, ey. Ich kann dir nicht mal wirklich Backup geben, wenn du da reingehen solltest. Da ist ein Typ hier. Wurde entdeckt. Warum wurde ich entdeckt? Keine Ahnung. Oh, hier ist die Cam. Ah, da oben ist die Cam. Ja. Wechsel der Magazine. Einer hat getrassen, der ist direkt hinter dem Bett hier auf der Seite. Wenn die wo? Da. Ist links weg. Oh. Genau in dem Moment guckt er wieder rum. Einer ist direkt dahinter. Hinter diesem dritten Sofa. Ja. Ist auch wegen C4, ne? Hab ich hier in A-Spiel drin? Ja, ist Aktivität. Stimmt. Da war aber noch einer. Das war der nicht. Ne, ich. Ich hab gefressen, er aber auch. Ich hab Angst, dass einer durch die Tür kommt und mich einfach irgendwie abballert. Es gibt eine Ecke, die ich ganz gut finde. Nicht reingehen. Ja. Meister, haben die Bären fallen oder so hier? Einen Behälter sicher. Wir haben... Fehlt einer. Bei mir. Wir haben Bad bei Randy. Zwei Mann. Zwei Mann bei Randy. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Einer ist im Kinderzimmer. Ja, ja. Alles gut. Sorry, ich hab dich hört nicht. Nein, nein, nein. Der eine kam ja auf mich zu. Der steht da hinten hinter dem, wisst du? Ah, ok. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was ist hier los? Und wirf trotzdem ins Badzimmer ab. Ja, der war ja auch Randy. Randy war hier Prioritätsziel. Ja, wir haben noch den Punkt da genommen. Nee, den nicht. Guck ins Bad. Aber es ist verrückt, dass ich als Erste gestorben bin. Naja. Wie verrückt nennst du das? Nö. Hat er eigentlich geantwortet, Manus, oder? Ja, können wir gleich wechseln. Geht das so in the fly? Kommt da irgendwie. Du wollt halt den ersten Rage quit das Manus, oder? Ah, kann das sein? Ja, ja. Der Micky Mäuser, kann das sein? Ja, ja. Da hab ich ja gar kein Problem damit. Ja, das wird ne richtig tolle Woche, hast du ja richtig gesagt. Na ja, ich spiele halt einfach ne Runde mit und... Unterm Abode. Einer hab ich davon, da ist auch noch einer. Einer ist weg. Störsende wird aktiviert. Haben wir hier für die... Oh Gott. Die sind raus. 10 Sekunden noch. Irgendwie... Warum kommt man nicht mehr aufs Auto? Das haben die entfernt. Ja, bräuchten wir hier noch eine. Jetzt ist eh zu spät. Wenn jetzt... Ne, dann lassen wir sie doch da reinkommen. Das ist ja eigentlich gar nicht so... Das ist an sich ja nicht so geil. Lassen wir sie doch halt genau da rein. Gezielt. Okay. Schieß noch nicht so durch. Schieß noch nicht, also... Ich hab getroffen einfach so durchgeschossen. Ja, ich mein nicht ganz kaputt machen, weil der Termite soll noch anbringen. Einer hat gefressen. Ja, wenn er anbringt, dann schießen wir durch, sagst du. Da hinter mir ist die Twitchzone. Wo ist diese fucking Drohne hin? Irgendwo wurde was angebrannt. Über die Sachse! Oh, das wird schwer mithelfen. Doch vielleicht. Nein, da kommt die nächste Ladung. Oben ist was? Oh, der Sachse lebt noch. Warum? Habt ihr die Twitch-Drohne? Ne. Nö. Twitchzone down? Unser Tür ist am Sack. Ja. Wann uns die Treppe runter? In den Raum können sie nicht direkt hin. Nein. Gut. Hab ich. Ronecker wird gemacht. Jetzt können sie bei mir durch. Vorne. Genau bei mir. Ja. Nee. Keine Ahnung. Ja, ich hab den. Hab den. Der war drüben bei der anderen. Oh Gott. Oben am Treppenhaus. Oh Gott. Oh shit. Fuck it. Ich hab leider keinen Schuss mehr zum heilen. Einer rennt gerade durch die Küche. Der kommt auch Richtung runter. Der ist vom Loch weg gegangen. Da ist nass man nix. Da müsst ihr kommen dadurch, ja. Ja. Ich glaub der hat irgendwas geworfen. Okay. Eine Minute 15 ist noch so lang. Das ist echt krass. Ich hab ihn nicht gesehen. Der war auf der Treppe. Oder? Einen Schuss hat er mir gegeben. Ja er war auf der Treppe. Ich heil durch das ganze Geländer und so. Ja. Ich hab vor allem der Schuss ging gegen das Ding. Nein. Ich hab ihn echt. Oh. Kannst du noch selber heilen? Nein. Außen nach Salix. Ich hab die Breach kaputt gemacht. Durchgewandt. 30 Sekunden. Breach ist kaputt. Er wollte sie grad zünden. Das war eher Schuss. Ey da eine Typ ne. Der hat richtig abgeräumt gerade. Was ist denn mit dem los ey? Der Typ hat mir so einen Klick gegeben und ich hab ihn nicht gesehen. Einen Klick ja. Ich weiß dann hab ich ihn. Also das war richtig krass. Na gut du hattest nur noch 16 HP. Komm dran. Ja trotzdem hab ich ihn einfach nicht wahrgenommen. Einfach noch ein bisschen die, wenn sie was stellen das nächste Mal. Na Mist. Schade die Verteidigung zu verlieren. Also die Garage ist auch noch ziemlich gut. Den kam am Ende ja auch wirklich nur noch durch die Tür rein. Alles andere war ja sogar noch dicht. Mhm. Ja. Die werden nicht mehr reingekommen außer da. Alter tut halt rumlutzeln und drücken. Okay. Den Standort des Biom-Lagen und die ältert finden. Dam-da-dam-dam. Dam-da-dam. Sachs ist raus. Ich hab nen Battle-Eye-Bahn. Was? Battle-Eye-Bahn. Rainbow Six Siege. Auro Code. Battle-Eye. You have temporarily suspected for 50 days. Oh lol. Hä? The fuck? Weil er durch die Wand, weil du den ersten durch die Wand geholt hast. Ach Quatsch. Ich kann gar nicht so schnell gehen. Das ist aber im Fall nicht. Vor 15 Tagen? Nein. Nur 15 Tage. Oder nicht? 15 Tage remaining. Wow. Das ist auf jeden Fall nicht der Kill von gerade. Das dauert ewig. Wow. Ich hab schon immer gewusst, sagst du letztens als du die vier Leute geholt hast. Das war mir schon komisch. Ich hab mal überlegt, aber das waren ja nicht mehr vernünftig. Wir haben wieder irgendein Antiviren-Ding, whatever. Das ist ein Programm, was das Battle-Eye getrickt hat. Kann ja alles sein. Sind die in der Garage? Rom ganz links ist weg. Ich wurde entdeckt. Ich hab einen gekillt. Wenn man mich aufheben kann. Wo ist hier? Ich bin wirklich richtig heiß. Ich komme. Ich geb Deckung. Holy shit. Ach, dann ist er doch hinterm Auto, der. Wieso werde ich entdeckt? Was ist denn hier? Wo ist hier eine Kamera? Shit. Ich würde einfach mal durchkriechen. Ja, äh. Ein Black Knight wahrscheinlich von der Blackbeard. Die hat keinen Kameraswerb. Ich seh den nicht mal. Was ist denn das? Geradeaus hinter dem Auto. Da. Und einer links. Der Tür. Ah, ja. Ist immer oben. Fenster gleich. Über den. Und so. Woah. Die gucken die Wichser nicht mehr. Die sehen dich wahrscheinlich immer durch die Kamera, wenn die keiner kaputt gemacht hat. Oben ist er. Oben ist er. Er liegt. Okay, dann lass ihn liegen. Du kannst da nicht durch die Wand schießen. Dann. Vielleicht geht einer hoch. Das heißt, wenn du das schaffen solltest. Ich weiß nicht, ob der links noch steht. Da ist die Kamera. Genau da ist die Kamera. Ja. Jetzt gleich wieder aufgehoben. Das ist halt das Problem. Bis am Strom. Da hinten war die Kamera hinter dir. Ja. Rechts war einer unter dem Auto auch. Ja. Und hinten war die Kamera. Gehen wir dann rauf oder was? Ja, wir versuchen die letzte Runde mit dem einen noch. Und der Ben noch zwei Runden. Oder zwei Runden, ja. So eins. Wir haben zur Sechse einfach in den Stich gelassen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin schon. Was ist denn heute kaum, oder? Ja. Wie viel da ist das schon, sagst du? Oder? Der zweite leider gar nicht. Ach, klar. Das ist... Deswegen haben wir letzte Woche so gut gespielt. Ja, stimmt. Matten liegen. Neuste Mode Versace und Prada. Höchst zu. Ja. Ja. Ja, Sachse, ne? Haut einfach mal den... Den Drop raus hier. Naja, muss ja irgendwie zugehen, dass wir mit Manus gewinnen, ne? Die Stronen hat das eine Ding hier ergriffen. Okay. So. Keins lassen wir hier auf den Boden. Kann ich hier nicht, warum? Ist ja blöd. Was macht er denn da? Okay. Okay. Pfff. Pfff. Was geht da denn noch? Einfach nur so. Lass mich doch ein bisschen rumballern, Mann. Oh. Jetzt haben sie die Kamera. Malzimmer kommt gleich einer rein. Ich bin down, aber noch nicht tot. Komm ran. Riech so, dass du mich grad sehen kannst. Schnell, du musst schießen. Ja. Musst doch noch ein Loch reinmachen. Er schießt. Ich hab auch den Kopf. Dann mal noch. Im Kinderzimmer ist noch einer. Alles klar, Manus. Geh ihn doch wieder nach rechts. Du siehst ihn doch. Da war er grad. Genau an dem Fenster, wo du hingeguckt hast. Was? Ehrlich? Er ist gerade reingegangen. Kinderzimmer. Nein, da ist die Drohne reingehüpft. Er hüpft wieder raus. Die Drohne ist reingehüpft. Ich glaube, das war nicht der Typ. Der ist jetzt da ja ein großes Fenster. Gut. Hast du. Da ist jetzt einer reingehüpft. Ja. Rechts, Industries. Aber der ruckelt bei mir. Bei euch auch? Oder ist das mein Internet? Nein, der ruckelt wie Sau. Oh, er verhört ihn. Er verhört ihn. Ne, noch nicht. Er hat's nicht geschafft. Lol. War zu schwer. Ja. Oh, da war er. Stimmst du gut für dieses Spiel? Ja, ja. Unser Dude hat's nicht geschafft, den zu verhören. Na, die Folge, dadurch, dass der Sachse rausgeflogen ist, hat die irgendwie am Flow verloren, was mich ein bisschen stört. Aber ist ja ganz witzig. Ja, das hat der Sachsen-Flow irgendwie so ein bisschen weg. Aber der kann... Du kannst ja im TS einfach so tun, als wärst du Stefan. Äh, Steffen. Steffen. Nein, ich meine, der Flow ist so weg. In dem Moment, in dem der Sachse gekickt wurde, war für mich klar, wir nehmen... Also, wir gehen halt raus, ne. Das... Das meine ich. Hätten wir machen können. Ja, nein, aber da hast du gesagt, wir machen das noch. Oh, nein. Jetzt bin ich... Ey, sag mal, gibt's eigentlich schon mal irgendwas, wo ich nicht dran schuld bin? Nein. Ah, nein. Boah. Das war ne Rolle bei uns, dafür hast du unterschrieben. Scheiß Rollplay, geht mir auf den Sack so langsam. Alter, das warst du nicht mit auf der MTA warst. Was glaubst du, wie ich mich da gefühlt habe, ey? Warum? Du warst bloß Opfer, oder ne? Wir haben... Wir haben ein Spiel gespielt, wie hieß das? Boah, ey. Bei Tabu hab ich noch geräumt. Ich hab ne komplette Geschichte mit Dardosch. Also, das waren immer so Begriffe drauf. Aber das waren alles Negativkarten. Das waren so Negativkarten. Profi Versager oder so ein Kram. Und Schulden und so. Und dann hab ich, Weltreise, hab ich ne schöne Dardosch-Geschichte mit erzählt. Lol. So ein Wichser. Und Grants hat alles erraten, ja. Die wusste direkt. Das geilste war, ähm, Anne hat ne Karte gezogen, also dann mal die Zeit zu Ende. Und Anne sagt so, das hätte ich noch schaffen können. Das wär aber voll fies gewesen. Und dann hättest du ihm gesagt, ich hätte nur Dardosch sagen müssen. Dann hab ich gesagt, Versager. Und was stand auf der Karte drauf? Versager. Das war der perfekte... Das war so nice, jetzt wirklich halt in einer Sekunde geschafft. Das ist krass. Ist übrigens ne Lüge. Er ist da oben am Fenster. Erst kam die Taten und hättest, was es war. Und dann hättest du ihm gesagt, er hätte es waren. Nein. Natürlich. Wir haben's sogar auf Video. Ja, den Beweis will ich sehen, Alter. Das war ganz klar Dardosch, der Versager. Das ist ein C4? Könnte sein, ja. Hat einer den oben getroffenen Bart? Der hat auf jeden Fall zwei Sachen rausgeschmitten. Drei. Okay, alles gezündet, was er hatte. Der war in der rechten Ecke noch dadurch. Er ist down. War das Smoke? Ja, das war Smoke. Ja. Ich hab auch nur 15. Und hier regnet es rein. Okay, wir haben einen Spieler Vorteil. Oh. Ah, an der Wand, okay. Einer ist noch hinter dieser schrägen... Ach, der eine ist Construction. Da ist natürlich auch das Fenster offen. Natürlich, es wird einfach überall rausgeguckt. Sollen sie doch, die Lappen. Ja. Einer ist noch hinter diesem schrägen Bett, weißt du? Äh, in dem einen Raum, da wo auch... Der Typ leckt so des Todes, ey. Unser Sachse. Er ist jetzt an dem Raum, wo da einer noch hinter diesem Bett liegt. Da fackelt hier ein bisschen was ab. Ich seh den. Wo hinterm Bett soll der sein? Ähm, da in dem Raum... Ne, ne, ne. Also da war er, als er mich abgeschossen hat. Ich weiß nicht, ob er sich da wegkriegt. Eigentlich nicht. Da müsste er immer noch rein. Ja, er ist unten. Einer ist unten. Ja, da hinten links, genau da. Hä? Wo ist er hinten? Ach, da ist er, okay. Ich wurde von hinten erschossen, nicht von dem. Von einer ist unten. Aber mir wurde meistens im Rücken geschossen. Ja, es leben noch zwei. Ja, und der andere muss mir den Rücken geschossen haben. Da unten ist er offen gewesen hinter mir im Bad. So, dann zieh dich zum Raum. Komm, hol ihn dir, nice. Wir haben das echt noch gemacht, ey. Ja, natürlich haben wir da. Sechs Kills. Aber guck, der spielt in den Stick. Oh, schön. Spray und Spray, Alter. So einen Gegner hätte ich auch haben. Und die Runde hätte ich auch was gefunden. Entschuldigung. Ja, da ist ja viel passiert. Der Sachse wurde mit dem Mensch gebannt. Außer bei den Kunden dran, da ist nicht so viel passiert. Die Maske ist geil von Blackbeard, ey. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut bei anderen vorbei. Wir schauen mal, ob wir den Sachsen wieder ins Rennen bekommen wollen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.